Guten Morgen liebe Leute! Ja, wir frühstücken jetzt gleich oder gerade und hier seht ihr, haben wir zum Frühstück ein bisschen Brot mit pochiertem Ei und der grünen Soße, die ich ja gestern schon gemacht habe zum Abendessen. Und ja, jetzt seht ihr, wie ihr die Soße auch zum Frühstücken verwenden könnt und es sieht und schmeckt auch sehr lecker und es sieht auch sehr lecker aus. Ja, hier haben wir die pochierten Eier. Ja, und wie man die grüne Soße macht und wie man die pochierten Eier macht, habe ich ja auch schon in Videos gezeigt oder gedreht. Ja. 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 Vielen Dank. So, okay, ich würde sagen, wir lassen uns das erstmal schmecken und frühstücken erstmal schön. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.